An den fähigteinsten Mai ist Burgershops wohl. Er wohl Dörfhör, da das in Bremen und Bremerhobben sozial gerechter Tau geht. Hier ist das Wahlprogramm in Teilen pumpen. Wie würd die Last von der Privatlüden nähen? Denn was das Help von Bund kommt, das langt nicht. Wie würd Bogentow vor Strom in Sozialtarif, der weniger Kosten teilt? Und die Mietendröffen nicht wieder anstiegen, wie die Wohnungsgesellschaften in öffentlicher Hand. Mehr Wohnungen schuld die Stadt zu hören. Denn bloß so kann die Stadt mehr mitsnacken, wie das Mietgeld. Anders hat bloß die Geldgebers die Bauernhand und das Wohnen wird für all egal welch Dürer. All schuld für Bus und Bahn nix betonen. Das Gelddörfhör kriegt wie o der Grundstür auf das Wohnen und o der Stür für Gewaff. Das kann auch bestvoll liegt und recht Dörr gehen. Wie würd Geld und Verstand für Klima und Bildung insitten? Dörfhör schaltet Schuldenbrems erstmal weg. Anders ist nicht noch Geld, wo Klimaschutz und Infrastruktur oder Dörfhör das Scholen und Kitas Boot wart. Wie würd, dass mehr Utbildungsdaten vor Dach kommt? Das kriegt wir hin mit den Utbildungsfonds. Da betäut der Unternehmen, was in, der zu wenig Utbilden dauert. Wie würd kein Unterschied in Lohn mehr? Frohnslü verdänt Jimmels noch weniger als Mannslü. Darum verlangt wie Stüt bi Utbildung og wenn ein nicht de fulltid arbeitendeit mehr Geld und dat mehr ob Kinder oppasst war. Wie verlangt All schuld sekerje mehr Andeil an Gesundheitsdänsten krijgen. Dat galt bloß, wenn de Staat dubbel so viel Geld für Krankenhusgift und wie die Gesundheits- und Sorgezentren in den Wohnquartieren baut. Öffentliche Dienstleistungen mögt weder in der Hand von de Staat. Denn so sorgt wir für gerechten Lohn, Aufgaben und kümmert uns darum, dat da all wat von hebt. Die Bildung mögt all de solvigen Chancen haben. Die Bildung galt doorsteil. Dat hangt fell to fell von dat soziale Umfeld af. Wie bro glütschere Klassen, de Scholen mögt bedder Utterfährt waren und frische Ideen mutter. Da set vi ein wetenschaftlicher Kommission för in. De solvigen Rechten för all. Dat vi bedder doorgegen ankönt, dat wegschimmers bedder wegkomt ungegen Rassismus. Dat för verlangt vi ein lands-Antidiskriminierungsgesetz. Dat schall sig insetten för de, de ane cunt stort. Gevt sej os er fiefstim. Hebt vi sej üvertügt? Dan wel sej os bide borgerschaftswahl an fejeteinten Mai. Duybben Duybben